Heute geht es um den WonderPen, auch bekannt als Cuticle Night Repair. In der Nacht regeneriert sich die Haut intensiver, aber Sie können das Serum auch ruhig tagsüber auftragen, so oft Sie möchten, für einen beeindruckenden Effekt. Der WonderPen wirkt sich beruhigend, pflegend und regenerierend auf Nagel und Nägelhäute aus. Sie können ihn also bei eingerissenen Nagelhäuten und abstehenden Hautfätzchen aber auch zur täglichen Pflege verwenden. Wenn Sie an der Rückseite des Stifts drehen, kommt das Serum nach oben. Aber wenn Sie den WonderPen zum ersten Mal verwenden, kurz mit dem Deckel darauf gut schütteln und ein paar Mal extra drehen, sodass das Serum nach oben kommt. Mit dem Pinselchen können Sie das Serum mühelos in die Nagelhäute einmassieren. Ein Tröpfchen des Serums reicht schon aus für alle Nagelhäute. Eingerissene und entzündete Nagelhäute werden direkt beruhigt und Ihre trockenen, brüchigen Nägel werden intensiv genährt. Das regeneriert die Widerstandsfähigkeit Ihrer Nägel und sorgt für gepflegte Nägel und Nagelhäute.